Vor mehreren Monaten habe ich ein Video hochgeladen, wo ich euch 5 Fußballvereine gezeigt habe, die während ihrer Europapokalzeit unter Klassik spielten. Jetzt ist mit dem FC Vaduz ein weiterer dessen Sorte hinzugekommen und viele fragen sich, wie sie überhaupt geschafft haben. Der FC Vaduz ist ein Fußballverein, der aktuell in der Challenge League der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz spielt. Dort lief der Saisonstart nicht so glatt und man steht mit 2 Punkten aus 5 Spielen auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Trotzdem konnte sich der Verein durch ein 1 zu 1 und ein 0 zu 1 gegen den österreichischen Fußballklub Rapid Wien durchsetzen und spielt als Schweizer Zweitligist in der UEFA Conference League Gruppenphase 2022-23. Wie kann das sein? Nein, der Verein spielte letzte Saison nicht Erstklassik und hat es irgendwie dadurch irgendwie das geschafft, dass sie da irgendwie international kamen und trotzdem abgestiegen sind. Auch nicht gewann sie den Schweizer Pokal und auch nicht den Schweizer Superpokal, sondern sie schaffen es über einen ganz anderen Weg. Der FC Vaduz wurde am 14. Februar 1932 vor etwa 90 Jahren gegründet und schloss sich zunächst den Vorarlberger Fußballverband an, wechselte aber bereits ein Jahr später in den Spielbetrieb des Schweizer Fußballverbandes. Gleichzeitig ist Vaduz auch Teil des lichtensteinischen Fußballverbandes und nimmt seit 1946 auch an dessen Fußballpokal teil. Der FC Vaduz kommt aus der gleichnamigen 5100 großen Stadt Vaduz, Hauptort des Fürstentums Lichtensteins. Das Land Lichtenstein hat zwar einen eigenen Fußballverband und eine eigene Fußballnationalmannschaft, aber keine eigene Liga. Dafür hat Lichtenstein zu wenige Teams und deshalb reicht es nur für einen Pokalwettbewerb. Damit aber die Vereine aus dem Fürstentum auch die Chance haben, aktiv zu bleiben, gibt es eine Ausnahmeregelung, dass die Lichtensteiner Mannschaften gleichzeitig am lichtensteinischen Pokal, sowohl auch am Schweizer Ligasystem teilnehmen dürfen. Das bekannteste Beispiel ist der FC Vaduz, der aktuell Zweitklassig ist, aber auch mehrere Jahre auch erst in die 1. Liga der Schweiz schaffte. Andere Vereine aus dem Fürstentum nehmen auch am Schweizer Ligasystem teil, sind aber meistens am Amateurbereich unterwegs. Da der sportliche und finanzielle Abstand zu den anderen Lichtensteiner Vereinen enorm ist, gewinnt Vaduz Jahr für Jahr den lichtensteinischen Pokal ohne Unterbrechung. Das letzte Mal, als ein anderer Verein den lichtensteinischen Pokal gewann, war Eschenmauer in 2012. Das letzte Mal, als Vaduz weder den Pokal gewann, noch den Finaleinzug schaffte, war 1994. Bis heute gewann der FC Vaduz insgesamt 48 Mal den lichtensteinischen Pokal und aktuell sieht es so aus, als würden noch weitere hinzukommen. Da Lichtenstein ein vollwertiges UEFA-Mitglied ist und auch wie jeder andere behandelt wird, hat auch dieses Land trotz fehlender Liga einen internationalen Qualifikationsplatz. Weil das Land über keine Liga verfügt, wird dies über den lichtensteinischen Pokal geregelt. Unabhängig davon, ob man in der Schweiz in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Liga spielt, darf der Sieger des Pokals an internationalen Qualifikationsrunden teilnehmen. Da Vaduz diesen seit Jahren immer und immer wieder gewann, ist der FC Vaduz trotz fehlender Erstklassigkeit regelmäßig in der Europa League, jetzt UEFA Conference League Qualifikationsrunden zu sehen. 1996, 1997 nahm Vaduz am Europapokal der Pokalsieger teil und bekam direkt in der ersten Runde Paris Saint-Germain gegen die man 0-4 heim und 0-3 auswärts verlor. Danach schalte Vaduz meistens direkt in der ersten Runde, vielleicht mal zweiten Playoff-Runde und hat sich nie international qualifiziert. Jetzt aber haben die Lichtensteiner das Unmögliche möglich gemacht. Nach dem Gewinn des Lichtensteinerischen Pokals qualifizierte sich der FC Vaduz 2022-2023 für die Qualifikationsrunden der UEFA Europa Conference League. In dieser bezwang man den NK Kupo aus Slowenien mit 2-1 und den türkischen Konjaspor mit 5-3. Man kam in die entscheidenden Playoffs und traf dort auf den österreichischen Fußballklub Rapid Wien. Obwohl Rapid Wien marktwerttechnisch ja deutlich stärker ist als Vaduz, besiegt Vaduz die Österreicher mit 2-1. Damit ist der Verein nicht nur der erste Zweitligist in der Geschichte der UEFA Conference League, sondern auch der erste lichtensteinische Fußballverein, der jemals international spielte. In der UEFA Conference League Gruppenphase trifft man auf AZ Alken aus den Niederlanden, Apollo und Limassol aus der Republik Zypern und auf SK Nipro 1 aus der Ukraine. Auch wenn die Geschichte eine coole ist, würde ich trotzdem sagen, dass Vaduz hier in der Gruppe der Außenseiter ist. Aber trotzdem kann der Verein sich über eine Startprämie von insgesamt 3 Millionen Euro freuen. Das ist auch was. Ich bin mal gespannt, wohin die Reise der Vaduzer und des lichtensteinischen Fußballs hingeht. Seid ihr auch gespannt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. In der Beschreibung ist eine Umfrage, wo ihr über den Nairol Football Award zur Saison 2021-2022 mit abstimmen könnt. Nehmt da gerne daran teil. Und schaut euch das andere Video an hier in der Endcard. Einmal zu den unterklassigen Vereinen international und oder zu den 10 Clubs, die in ausländischen Ligen spielen. Das war's in dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.